Das haben sie jetzt nicht getan, also sie stehen wieder hinten drin, verlieren den ersten, verlieren den zweiten mit einem Penalty, verlieren den dritten. Das ist Nate. Und es ist noch zu dritt, also beide Corner und die Snake 1 sind besetzt. Ja, da haben die Undisputed-Jungs gerade noch Glück gehabt, der junge Mann, der für Penalty gezogen werden sollte, hat auch in dem Moment einen Treffer bekommen, es wurde aber nicht nachgezogen. Das heißt, sie sind noch zu dritt auf dem Feld, ist dem so? Ja, und Snake 1 ist auch noch Snake 2. Kann es sein, dass es bei Braindead leicht an der Kommunikation ein bisschen hadert? Ja, die haben natürlich auch... Hat vorher immer der Felix die T-Packs gespielt? Wie ist der Felix? Ich muss ja jetzt so tun, als wüsste ich es nicht, weil ja ich schon wieder Ärger bekommen habe, weil ich ständig nur über ihn geredet habe. Also mit Braindead, nicht mit dir. Ja, Dorito ist out. Das heißt, die Seite ist frei und er muss sich jetzt langsam nach vorne bewegen. Wie viele Spieler sind denn noch bei Braindead dabei? Drei? Vier? Drei. Gegen zwei von nur noch der letzte in der Corner bei Undisputed und dann macht Braindead den Sack zu. Das sollte das 4 zu 2 gewesen sein, aber man hört, Disco hat seinen Wortschatz verändert. Da kommt nicht das übliche Ja-Mann, da kommt nur noch Ja mit 20 A's hinterher. Ja? Vielleicht kriegen wir gleich noch einen Ja-Mann. Jetzt warten wir nochmal. Ja, Point Braindead und Disco? Ist da ein Ja-Mann? Nein, da ist dieses Ja mit 20 A's. Nein, da ist dieses Ja mit 20 A's. Ähm...